So, das ist Amateurfunk auf Kurzwelle. Und das kannst du empfangen zwischen 7000 und 7200 Kilohertz auf LSB, also Lower Sideband. Also im normalen Modus hört man nichts und auf USB auch nichts. Aber auf LSB geht's. So, und was sehr hilft, also ich habe ja eine Regenrohr Antenne, also einfach ein Kabel zu meinem Regenrohr verlebt. Das funktioniert ganz prima. Das ist immer gut geerdet. Und was auch sehr gut hilft, ist so eine Antennentümer wie der Jesu FRT 7700. Da kann ich also verschiedene Einstellungen machen. Hier kann man den Frequenzbereich einstellen. Deswegen denken wir die B-Selektur. Okay, wer hat das? Vielen Dank. Alles klar. Delta Fox 9 Nilo. Delta Fox 3 Nilo. Delta Fox 3 Nilo. Delta Fox 3 Nilo. Der Name Klaus. Delta Fox 3 Nilo. Hier du warst der Klaus bei E-Masau, schönen guten Abend, 5.900 am Pass hier und so 4.0 dB drüber, ok? So, mit dem Texan, wo sind wir denn hier jetzt? 7178,2. Erstmal gucken, ob ich da noch mehr rausholen kann. 1,1 ist noch besser. Ja, eine ganz genaue Abgleichung ist schon wichtig. 7178,1. So, LSB. Okay, das ist ja hier der Texan PL 660. Achso, ich hab die Regenranteine noch gar nicht drin. So, jetzt. Ja, hier kann ich nicht so exakt einstellen. Das macht sich in dem Fall negativ bemerkt, weil ich kippe den gar nicht. Also, ich kippe den nicht genau genug. Ich hab jetzt die Bandbreite etwas höher gesteuert. Sync, LSB, in Nutz. Tja, er müsste ein bisschen höher als 7178, aber das kann er halt nicht. Ich habe' ein bisschen höher als 8178, dass wir jetzt über die Ausführung in der Natur ausprobieren. Ja, so, ich mache das. Nutz. So, jetzt ist es für die Projektantriebe. So, jetzt ist es für die Projektantriebe. Die Projektantriebe mit der Doktor, dieiin der Doktor何 die Doktor, das ist nicht mehr als dasselbe. Jäuble ist es nicht mehr als die Doktor, und ich von den Doktor, also nicht mehr als die Doktor, Os couch auf das alles estou Lohrischof, also nicht mehr als der Doktor. Das ist nicht mehr als die Doktor, Ich habe das eine Doktor und die Doktor. Okay, Papahota 2, 3, roger. Ja, das ist Papahota 2, 3, 6. Okay, nicht 3, alles klar. Ok, 5.9 und 5.0, hier in Freiburg. Vielen Dank, 3.0, Sie. Okay, I'm QSF, Delta Radio 1, 6, Bravo, Echor, Nürnberg, Echor. Delta Lima 2, X-Ray, Lima, Delta Lima 2, X-Lima, roger. Ja, roger, 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 ich bin mal abgespeichert. Alles klar, Karl-Heinz habe ich aufgenommen, also Karl-Heinz. Es ist ein bisschen, ja, jetzt wecken drauf, um... So, wollen wir weitergucken. Jetzt gehe ich also nach unten. Richtung 7000 Kilohertz Also manchmal hört man ganz schwach welche aber das Signal Ah hier Da war ich meine 7168,5 9 7168,8 7168,8 7168,8 8168,8 8168,8 8168,8168,816,8 formations 5,4 3,4 5,4 6,3 Das Dingab Ми會果然 Er ist ein bißchen toller runter 7.168.8 Mal weiter gucken Das ist der gleiche Das ist natürlich klasse hier mit dem Rad und das man hier auf Slow und Fast stellen kann Also das ist schon der 2001d von Sony, der ist also ein sehr guter Weltinkommen Also wenn die Stimme so hoch, Mickey Maus mäßig ist, muss man die Frequenzen ein bisschen runterdrehen Scheinbar Ja der ist jetzt ein bisschen schwach Ich kann sie einfach noch einen stärkeren Rhein kriegen Da sind welche Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Wie sieht der denn? Der war halt auf Frankfurt Das ist der Gainschiebeschiebeschieber also da kann man die die Signalstärke verändern Dämpfen oder auch nicht So das ist 7147 7147 7147 So Der müsste eigentlich funktionieren Da ist er so Hier bin ich halt immer ein ganzes Kilohertz höher oder tiefer Deswegen kann ich da nicht so exakt einsteigen Mit dem Texans sodass der spricht Italienisch verstehe ich nicht so gut Der spricht Italienisch verstehe ich Ja, so ein paar schwächere 7100 7100 Ach so, das ist schon dunkel bei dem Sony 2001 Kann man aber erneuern mit einer helleren LED LED So, 7116 7116 8100 8100 8100 9100 9100 9100 8700 9100 9 100 10 Der Sender ist allgemein nicht so stark. Also abends ist natürlich viel mehr los als tagsüber, weil die Leute auch nur arbeiten müssen. Das sind wohl wieder Amis, 7104,8, ne klug in Engländer aber auch nicht. 7104,8. Das war's. 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 Das ist ein Italiener. 7081 Das ist die gleiche Gute an die Wege